Servus, wir machen heute mal ein kleines Opening wieder. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Als erstes machen wir mal den Haupt-Account oder Haupt-Server könnte man hier eher sagen. Oh, schön. Haben wir Sau gleich mal gezogen. Auf den beiden Kleinen habe ich dann etwas mehr. Ich glaube es um die 30k Diamanten und irgendwas um die 20 Rollen glaube ich. Habt ihr schon mal was bei den Einzelbeschwörungen hier gezogen, was tolles? Also meistens ziehe ich da ja wirklich nur grün. Und was haben wir? Oho. Naja, die fällt es mal nicht ganz so schlecht ab. So, dann wechseln wir mal rüber. Gehen wir erstmal auf den. Ich glaube hier müssten es um die 30 sein. Oh, 26. Da habe ich mich in welcher Art verschätzt. Na gut. Drei Helden. Zweimal Futter. Passt. So, dann können wir die noch schnell zusammenknüppeln. So, meine Wunschlöste hier. Da würde ich sagen. Einmal. Und ab geht der Peter. Nein. Nein. Die Autos Oh, hoh, 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 hoh. Oh, Ulmus. Wenigstens ein Lila hält. Ich hoffe, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Warwick, nicht schlecht. Was, ich besitze diese Hände nicht. Dann schlag's mir doch nicht vor, wenn ich sie nicht besitze. Okay, dann müssen wir mal kurz das Spiel schließen. Dann schlag's mir doch mal kurz das Spiel schließen. Oh, ein Double. Doppel. Nice. Und, boah. Doppelwarek. Das hätte ich auch noch nicht, dass ich ein Doppel hatte mit dem gleichen Held. Jo, nur dreimal blau. Ulmus. Auf dem Account hier ist heute Ulmus-und-Varek-Tag, hab ich das Gefühl. Und ziemlich viele Grüne. Etwas zu viele. Oh, ein Rohwaren. Sehr schön. Brauchen wir. Oh, gleich die nächste. Rosalie. Sehr schön. Und jetzt gleich noch mal ne Rosalie. Nein? Grisol. Jawoll. Chimera. Schick, schick. So. 24 Rollen haben wir. Ich könnte eigentlich sogar schon prophezeien. dass da nicht ein lila Held rauskommt. Ha, was habe ich gesagt? Oh man, ich könnte Wahrsager werden. Nochmal Rosalie, sehr schön. Hier nehmen wir Talia, Klassiker, ziehen wir sowieso nicht. Oh, scheiße, okay, perfekt. Warte mal, wenn da stand Heldenslots voll, habe ich die jetzt zweimal gezogen? Jo, ja moin, ich habe die zweimal gezogen, ich glaube es nicht. Nee, warte mal, das müsste ein Postfach sein. Jawoll. Ey, ich glaube es nicht. Zweimal Atalia von der Sterndeuterin. Bittere Pille. Ja, sehr schön, das freut mich. So, können wir jetzt noch etwas beschwören? Nee. Okay, dann sind wir jetzt hier fertig und wechseln auf den nächsten. Hier müssen es glaube ich 32k sein, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Oh, gleich drei aufsteigende Helden, ja. So, dann gucken wir gleich mal, fangen wir gleich mal so an. Wieder mit dem Klassiker. Da ist er. Ja, moin. Das ist jetzt wirklich hartlack. Straff. Jo, Einzelbespumung, Lila, Unterlehne. Krass. Jo, von der Sterndeuterin erst Doppel-Atalia, jetzt hier von der Sterndeuterin einmal Atalia. Jetzt machst du hier eine Einzelbespumung und ziehst gleich mal Talena. Jetzt haben wir Numizu. Ich glaube hier läuft schon ein bisschen besser. Lila. Ja, gleich nochmal Lila. Oh, Lüka. Lila. Und nochmal Lila, oder? Ne. Haben wir das Glück ausgebeutet. So, damit uns das jetzt hier nicht gleich auf den Sack geht. So, bevor ich es vergesse, die Wunschliste. Oh, Sophia. 4. Oh, Fähre-El. Sehr schön. ambigulocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklock Toran. Okay, der nächste läuft. Numizo. Na, hat beschissen angefangen und dann ist doch noch relativ gut geworden. Lyka. Oh, Hendrik. Nimora. Jawohl, noch ein Dreier. Und Cresul. Und Cresul. Tasi. Also bis jetzt ist ja wirklich ganz gut gelaufen. Hätte ich nicht gedacht. Varek. Oh nein. Dann kriege ich die Diamanten mit irgendwas schnell zusammen. Warte mal, ich glaube, bei der nächsten gibt es. Ne, gibt es keine Dias. Neues Porträt. Schade. So, Lichträger. Oh, noch mal Hendrik. Sehr schön. Hab Hendrik auch immer sehr gerne gespielt. So bis Kapitel 26, ungefähr 27. Hätte ich ihn eigentlich immer, immer fest in meinem Team drin. Jetzt spiele ich ihn eigentlich nur noch im Turm. So, dann haben wir das. Oh, hier haben wir noch zwei Reißer. Jo. Gut, dann haben wir es schon wieder geschafft, wa? Bedanke mich und wir hören uns. ich Angsttar. Und in le Blockchain.